Einen wunderschönen guten Tag einerseits. Heute gibt es wieder einen kleinen Stream zu The Outer Worlds mit dem Melee Only Challenge Run. Wir fangen heute um 18 Uhr an, also das ist jetzt ein bisschen kurzfristig sicherlich, aber vielleicht habt ihr ja noch nichts vor und könnt das vielleicht noch so ein bisschen in euren Tag reinquetschen. Ich hoffe auf jeden Fall darauf. Wenn ihr dabei sein wollt, heute 18 Uhr geht's los. Ich freue mich sehr auf euch. Bis nachher!